... in 5 Sekunden ... rückt zur Bombe vor und entschärft sie Das passt schon, wenn sie nicht zuschießt, dann weiß ich nicht woher du geschossen hast Also du bist ja rumgekreppert Da geht relativ flott vor Ich geh auch runter Ich geh hinter dir, ich geh hinter dir auch noch Ich geh hinter dir auch noch Ja Ah, hallo Das ist der Ok, mach auf Geiss es, da kannst du es her, scheiße Jawohl Ich glaub da hinten lassen Boah Ja 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 Wir haben einen Raumwasser. Oder geht's? Wo ist der? Ja, muss ich sehen. Da ist der Hintermier. Da ist der Airchaff von mir, oder? Ja, ja. Ah, Airchaff ist auch gegangen. Das haben wir nicht mehr rausgekommen. Das ist der erste Smoke gewesen. Ah, ich habe den Mosikrock gesehen, aber für heute. Da ist er. Okay, die Ela war schon hier. Bist du jetzt da in den Kammerl, oder? Was? Warte. Nein, von unten bloß der Scrimbonner. Das heißt, du bist allein. Ja, da ist er. Da ist er. Der Osten war er. Der hat einen Shotgun. Smoke. Der hat einen Shotgun, also aufpassen. Jetzt kommt einer. Es bleiben noch 15 Sekunden. Nice. Er hat nicht mehr viel gebracht. Wir haben ja vorher schon mitgegeben. Aber ja. Schöne Scheiße hier. Ja, jetzt Rush B. Nur mehr Archive. Machen wir es noch einmal. Bis sie runter gehen. Da hast du verliert. Da gehen sie runter. bis jetzt das mitbekommen. Das ist normal als Null, war er tot, und eh weiter. Ich möchte dazu nichts sagen. Mal jetzt mal. Wenn ich nicht im Stadion bin, ist es nichts. Und wenn es Lary ist, ist es auch nichts. wir sind sehr verlieren deiner meinung noch sonst zehn sekunden bis zum einsatz fünf sekunden bis einsatz ich weiß nicht ob der link so einer ist und aufpassen die haben gern schott ganz brauchst du halt brichting nach was Passt! Ich gehub vor mir Er ist da glaube ich in der nachigen Falle Ich mach ihn nach links auf Ich muss nachladen Und dann auf einmal kein Clay machen Wir ziehen es unter dir Das ist auch schon gespalten Ich hab jetzt in den Raum eine aufgemacht Einen habe ich Links kommt er wenn ich will Links vorne mit der Schottie Links vorne mit der Schottie Liebherr was links nehmen Ja kommen wir da Verstanden Einer vom eigenen Trupp verbleibt Nur noch ein Gegner übrig Ich bin da auf der Kamera drauf Oh Er kämpft Wartwartwartwart Er kämpft durch jetzt durchs Loch Jetzt ist erinner Guck mal Jawohl Alles danke Super gesagt Gegner neutralisiert Eigener Druck erfolgreich Wartwartwart Die Frost Ich bin auch in die Kamera gegangen Und auch auf einmal siehe die steht am Meter vor mir Ich bin wieder für ein Rush-Bier auf Blackwater, kann ja keiner sein, wo es will Wir müssen eine Bombe aufspüren Dann wieder runter Die Drohne hat eine Bombe lokalisiert Die wird zuzipfen Scheiße Was? Muss ich? Meine Drohne werden sie jetzt gleich mal haben Wir müssen jetzt mal die Cavera aufpassen Vor allem weil der andere wahrscheinlich von der Cavera gemessen wird Einsatz in 10 Sekunden Und der andere von in Chrom die Kamera Einsatz in 5 Sekunden Vier sind unten Gelangt zu der Bombe und entschärft sie Haltet nach anderen Ausschau Ich schieße da auf die Dier Ich lade ein neues Magazin Ich bin zuerst nach hinten Ich bin schon nach hinten Hier ist keiner Er ist ...en drüben gestorben Ich sehe die macht die rolle ja wenn Sprengladung ist aktiv Na gesplenden Das mit Kunden sind zu erwarten Na, geht der nicht Hinsichtlich der Gäste Gäste die Gäste Gäste die Gäste Da ist der nicht nur wer Der habe ich schon Da ist noch einer Steff Die Frost kommt Ist da hinten außen Jetzt deckt die andere Richtung ab Hab die Frost, schöner Heider Da hab ich noch was Die Kavera Kavera ist hinter dem Server Ich schau gleich hinter dem Server, dann schau gleich selber Robin Jetzt kommt noch mehr Steff Luftteam in Position Soll die in Kauf machen, eine Schau Elsi, du hast die Lücke im Blick Ja, wenn er, wenn er droppt Sieg ist Eieieiei, jetzt hat er mich noch erwischt Ich hab ihn noch aufgemacht Es ist ober, es ist ober Er ist jetzt in den Raum, glaube ich, rein Er kommt jetzt von der Seite herum Ah, der Elsi Ok, sauber Aufpassen, ich weiß nicht wo der Letzten ist Genau, Elsi, du hast schon bei der Tiere vor, als er kam Da, da Schatten 4k 4k Oder? 4k 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 5k 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 6k 5k 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 6k 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 7k 5k 6k 5k 6k 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 7k 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 8k 9k 7k 7k 8k 9k 9k 8k 9k 9k 8k 9k 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 10k 9k 11k 10k 11k Okay. Da ist jetzt einer rein. Was ist da rein? Da oben, äh... In oberen Stocker. Ja. Ist der jetzt wieder runter Richtung Buster oder raus? Da ist er. Ja, nein, jetzt ist er da. Da ist kein Bummi. Wo ist er? Jetzt aber nicht mehr im Bild. Hast du ihn, oder? Wo ist der Platz? Boah, alle drei im Lift. Wie eine Runde? Boah, heutzutage ist Gold wert, ich sag's. Okay, da hat man's jetzt gar nicht gehört. Das war generell eine gute Runde. Hm, gewaltig. Na ja, easy. Jetzt ist er überhaupt die ganze Runde offen da. Wenn wir schon mal 4-0 gewinnen haben. Ja, packtl. Geil. Und Level 63. Ja, geil. Also, jetzt müssen wir die Runde ein bisschen verändern.